Angriffe auf Atomkraftwerke, das soll Russland laut der Ukraine angeblich für den kommenden Winter planen. Das betreffe insbesondere offen für Verteileranlagen in Atomkraftwerken und Umspannwerken, die für den sicheren Betrieb der Kernenergie entscheidend sind, so der ukrainische Außenminister. Ein Zwischenfall bei den Atomkraftwerken könnte globale Auswirkungen haben. Russische Raketen- und Drohnenangriffe zielten wiederholt auf Energieanlagen ab. Im Rahmen der Invasion der Ukraine von Februar 2022 hatte Russland bereits das größte Atomkraftwerk nahe dem südukrainischen Saporizhia besetzt. Präsident Zelensky hat angekündigt, die Verteidigungsausgaben seines Landes zu erhöhen. Die Verteidigungsausgaben sind in der Ukraine, die Verteidigungsausgaben sind in der Ukraine.